Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit so einem Platzteller, einem silbernen Platzteller, wunderhübsche weihnachtliche Deko, winterliche Deko zaubern kann. Ich lege einfach mal los. Ich habe ein bisschen Kunstschnee. Den werde ich mir hier verteilen. Noch hat es ja hier nicht geschneit. Mal schauen, vielleicht kommt ja bald mal ein bisschen Schnee hinunter. Dann habe ich wunderhübsche Baumabschnitte. Die könnt ihr euch im Baumarkt zurecht sägen lassen. Vielleicht kennt ihr auch jemanden, der eine Säge hat, um die Stücken gerade zu sägen. Dann benötigt man so einen Forstner Bohrer. Der hat einen Durchmesser von 40 Millimeter. Das ist genau der Durchmesser eines Teelichtes. Und für mich hat das ein ganz lieber netter Papi gemacht. Ich habe ja schon mehrmals erwähnt. Ich arbeite mit Kindern zusammen und der war so lieb und hat mir die zurecht gesägt und zurecht gebohrt und ich bin ganz begeistert. Das sieht so toll aus. Dann habe ich hier kleine Ästchen aus dem Wald mitgebracht. Die habe ich mir einfach Silber angesprüht. Dazu empfehle ich ein Karton. Das in einen Karton zu legen und dann könnt ihr wunderbar sprühen. Alles andere drumherum bleibt sauber. Ein paar Krügelchen, um die weihnachtliche Stimmung einzuläuten. Ein paar kleine Sterne, die ich mir jetzt einfach hier verteile. Hier und da darf auch gerne nochmal ein großer hin. Und die tauschen wir jetzt. So. Da nochmal ein klein. Dort auch. So. Vier mehr Dekorationen benötigt es gar nicht. Ich habe erst überlegt, ob ich die Baumschnitte mit Filz umwickele, mit Bastband, mit Draht, mit irgendwelchen Dingen. Und ich finde, nein. Weniger ist manchmal mehr. Und das sieht so toll aus. Also das ist ein Eyecatcher, wohin man es auch immer stellt. Und da muss nicht unbedingt mehr drauf. Ja. Ich finde es so hübsch. Ich bin total begeistert. Bitte lasst Kerzen nie ohne Aufsicht brennen. Das erwähne ich immer wieder. Ja. So. Das waren jetzt glaube ich zwei Minuten. Mehr benötigt man gar nicht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen. Abonniert meinen Kanal. Und ihr seid die Ersten, die erfahrt, wenn ich etwas Neues für euch habe. Viel Spaß. Bye, bye.